JASSA! Airbox von B.S.K.A.L.E. Mitten in der Gags-Serie. Leiten wir dieser Tag von Klaus Glaser. Es ist eine Kampagne, nur 3x2 Minuten. Rienfall-Runde 1 Klaus Götter Klaus Götter Klaus Götter Vielen Dank. Rekos Ja, ich bin weiter, du hast mich. Ja, aber ich bin nicht in der Reihe. Sehr schön. Wir kommen auf. Jawohl, noch mal. Was ist das? Das ist das, was wir machen. Wir kommen auf. 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 Hartge. 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 Ivan Elias hat erstartet für den AWC auf dem Berg. Ivan gestritten seit zwölf September 2013, wo der Kreismeister ein Jahr später und der Zürichmeister noch ein Jahr später, also 2015, gewann er sich selber wieder auf der NRW-Meisterschaft. Betreut wird davon. Hartge. 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 Mitền Yoenn. Gr-1. Each flag avons setzen1st 2. Hartge. 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 . Das war es so. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.